Hallo, Gregor Kühni hier. Weshalb ich laufe? Zunächst war es nur eine Ahnung. Immer dann, wenn ich Kinder zugesehen habe, ich meine wirklich zugesehen, hingeguckt, versucht habe zu begreifen, was da eben vor sich geht. Was ich beobachtet habe, habe ich in meinem nachfolgenden Blog zusammengefasst. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen.